Deutschsprachiger Islamunterricht für Kinder und Jugendliche Tajamun bezeichnet das Reiben von Gesicht und Händen auf bestimmte Weise mit sauberem Sand. Er ersetzt das Reinigen mit Wasser. Allah sagt, und wenn ihr krank seid oder euch auf einer Reise befindet oder einer von euch von der Notdurft zurückkommt, oder wenn ihr Frauen berührt habt und kein Wasser findet, dann sucht guten, reinen, Sand. Der Prophet sagte, wahrlich, der Sand dient zur Reinigung für den, der kein Wasser findet, auch wenn es für zehn Jahre wäre. Wann Tajamun erlaubt ist, wenn jemand beabsichtigt, Salah zu verrichten, und nicht in der Lage ist, Wasser, für Voodoo oder Gusel, zu verwenden sei es aus Gründen der Entfernung, über 1,5 Kilometer, oder aus Furcht vor Krankheit, Angst vor Feinden oder Tieren, wegen Wasserknappheit, Durst, oder weil es unmöglich ist, an Wasser zu gelangen, dann ist es dieser Person erlaubt, Tajamun statt Voodoo oder Gusel vorzunehmen. Durchführung des Tajamun Die Absicht, Nia, Tajamun zu vollziehen Die Hände werden gemeinsam auf etwas Reinigendes wie zum Beispiel Erde gelegt Die beiden Handinnenflächen werden auf die ganze Stirn bis zu den Augenbrauen und den Nasenansatz gerieben Mit der linken Handfläche wird dann über den gesamten rechten Handrücken gestrichen Danach mit der rechten Handfläche über den ganzen linken Handrücken Diese Tajamun-Form reicht aus als Voodoo-Ersatz Womit kann man Tajamun machen? Um Tajamun anstatt der Waschung mit Wasser zu machen, kann man folgende Mittel verwenden, geordnet nach dem, was man als erstes suchen sollte Erde, Sand, Kiesel, Erdklümpchen, Naturstein, Staub Aber falls Erde vorhanden ist, sollte man Tajamun in erster Linie mit Erde vollziehen Hoffentlich war unser YouTube-Video für dich hilfreich Teile das Video mit Freunden, wenn es dir gefallen hat